Ich weiß noch, wie wir das immer gefällt haben, wie wir locker einen Bodyguard hätten bekommen. Ich finish den Night, nein, du finn-, äh, ich finish den Bodyguard, nein, du finnest den Bodyguard. Ja, und dann habt keiner Bodyguard gefunden. Aber es ist am Endeffekt okay. Easy game. Nobody gives a fuck, weil Boot ... ... gefällt hat. Ah, da kam einfach der Duel. Daffen wir doppelt? Wir sind rechtliche Gnomes. Gib mal, gib Flagg zu Nick. Das ist eigentlich das Mindgame des Mindgames, weil die denken jetzt vielleicht, aber die machen dann nochmal das Flagg. Du rettest keine Zweite Flagg auf keinen Fall. Dabei machen wir nochmal das gleiche, Jan, und wie denkst du, ist das so? Ich hab jetzt Dash mit Max, anstatt Ressi. Und ihr hättet mich geschottet. Ja. Also ich habe noch viel Endic, so bitte bitte für uns. Sie haben den 6 Damage-Apps gezählt, könnte man glauben. Oh, ich bin ja mit Weißfeld, dann haben die Bock. Sie haben beide. Sie haben alle zwei. Sie haben alle zwei. Also, whatever you do, ... 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